Warum dieses Auto? Weil ich schon immer begeistert war von der Marke MINI, von dem Konzept, von der Optik, vom Design. Ich habe bei Mobile gesucht nach den entsprechenden Modellen, habe eins gefunden, habe mir es hier direkt angeschaut, hatte Glück, wenig Rost und habe mich dann direkt dafür entschieden, es zu kaufen und bin mega happy. Würde ich es verkaufen? Absolut nicht. Absolutes Traumauto, mega schönes Hobby, würde ich nicht verkaufen wollen. Würde ich gegen ein anderes Auto tauschen? Absolut nein. Macht mega viel Spaß, mega schönes Auto, Tausch kommt nicht in Frage. Was ich am meisten am Auto mag, ist einfach die Optik, das Design, wie es aussieht und dass es jedenfalls ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Der Nachteil vom Fahrzeug, man muss immer mal wieder was basteln, ein paar Kleinigkeiten gehen immer mal wieder kaputt, aber ich denke, das gehört zum alten Fahrzeug dazu. Der Nachteil vom Fahrzeug hat und wollte elaborieren die Printin die hier bis in derД Untertitelung des ZDF, 2020